hallo liebe leute herzlich willkommen zu der sechsten kanalvorstellung ich hätte gedacht das wäre jetzt die fünfte aber es ist die sechste kanäle also beziehungsweise du möchtest einen kanal vorgestellt haben klar habe ich auf die liste geschrieben die ist zwar ellenlang damit die mal wieder ein bisschen kürzer wird und die die weiter unten stehen nicht ganz ewig lange warten müssen gehen wir hier mal voran viel spaß dabei euer speaker schocker das ist morgen so und der erste kanal auf meiner liste ist der speaker killer ja es ist ein übersichtlicher kanal fünf videos sind hier das letzte video schon zwei monate alt schauen wir mal kurz auf dem desktop ganz kurz ich hatte ja jetzt vor das hat er irgendwo nachgemacht er soll irgendwie ein lied sein dann macht er hier telefon streiche basstest meine anlage kaffee zu hause das bringt ja nichts zumal weil die endstufe wahrscheinlich eh nicht genug strom bekommt wird die nur heiß und hallo und guten tag aber cooles mischbild hat er das hat schon ein paar jährchen auf dem buckel aber das heißt ja nichts schlimmes schreibt den einfach mal dahin die links sind natürlich wie gewohnt in der video beschreibung also dieser erste kanal der speaker killer wird natürlich jetzt ganz oben stehen die nachfolge weiter runter schaut doch einfach mal bei ihm vorbei und schreibt ihn an geht ihm auf den gerest er soll mal wieder videos machen soviel zu speaker killer zwei monate letzte video er vielleicht sommerpause wer weiß es der nächste kanal die sich hier präsentiert ist der techno partner techni players wie komme ich noch technoparty so was haben wir denn hier wir müssen erst mal ich muss erst mal es handelt sich hier um ein let's player kanal mit einem spiel minecraft das ist so verpixelt mit der brille geht es kann man besser kennen nein spaß beiseite schauen wir mal am desktop und zwar ist hier der techni players es handelt sich hier bei er ist ein jahr ist es schon da habe ich hier ja das habe ich schon gesehen ein jahr gibt es diesen kanal 19 abonnenten hat er jetzt einen mehr ich habe zwar keine ahnung von minecraft ich weiß auch nicht wie man das die ganze zeit spielen kann aber ja okay wir schauen mal was er alles für videos in seiner liste hat ohne strom ist der laptop ein bisschen langsamer aber wir sehen ja er macht hier eine ganze menge also wer da interessiert ist und auch irgendwie sowas wie minecraft er kann ja gerne mal bei ihm vorbeischauen techni players über abonnenten wird er sich bestimmt freuen gibt es jetzt ein jahr so wunderbar sehr schön so schauen wir mal den nächsten kanal vorbei der dritte kanal nennt sich royal tv ist ein neuer kanal 77 abonnenten haben die beiden hier schon wie gesagt ist noch ein relativ neuer kanal ich glaube zwei videos haben die ganzen zwei videos haben die beiden und wenn man sich das ganze mal ansieht sieht man man das nicht zum ersten mal ja also sie haben schon den einen oder anderen youtube kanal bestimmt schon mal gehabt jo auf jeden fall schaut einfach mal vorbei bei royal tv viel kann man darüber nicht sagen zwei videos eins wo sie sich quasi herzlich willkommen aber man erfährt ja nichts wir können wir eben in die kanal infos schauen die kanal infos beschreibung wir freuen uns dass sie auf unserem kanal gestoßen sei wahnsinn dass es möglich ist heutzutage videos mit kontest nach eigenen geschmack für andere zu uploaden da schaut einfach mal vorbei bei royal tv so wir machen ja fleißig weiter damit das video nicht ganz so lang wird und ihr nicht so gelangweilt seiten weil das ist ja meine zeit und eure zeit und unser aller zeit ja das meiste davon nimmt der rechner also wenn ich hier schneiden muss dann nur weil der rechner die ladezeiten vielleicht so faul bin das netz teilzuholen darum muss der rechner hier so lange laden so rum so der nächste kanal ist pascal ist online erstmal ein cooles kanalbild erinnert mich als ich im urlaub geflogen bin waren so ein husky finde ich auch immer ganz cool ich habe früher mal in der nähe gewohnt er hatte der nachbar huskies aber uploads nur ein video also dass das ist das ist das also tut mir leid sowas werde ich in zukunft nicht mehr vorstellen ein video und das ist schon sechs monate her das hatte ich glaube ich auch schon mal in den soundchecks drinne bass ne best vocal deep house mix 2016 den link packe ich trotzdem jetzt meine video beschreibung rein aber das geht gar nicht nur ein kanal da drin oder ein video da drin und ansonsten nichts marken also bisschen geduld ich helfe ja gerne aber ein bisschen geduld muss man selber auch noch mitbringen wenn ich denken der speaker schocker stellt mich voran läuft schon alleine so einfach ist das nun mal leider nicht so machen wir weiter mit dem nächsten kanal ich kann schon mal lesen oben das ist der user alien rookie und den kenne ich ja persönlich nicht aber ich gucke seine videos ganz gerne denn es sind technik reviews offen ja auf einem sehr guten hohen niveau er labert da nicht einfach irgendwas sind packt das teil aus und laberte einfach irgendwas drüber und selber keine ahnung davon hat nein also er testet das ganze auch er hat ja auch mal so eine videoserie gemacht über die gopro hero da könnt ihr euch gerne mal angucken hier auf dem kanal da wird getestet ob die wirklich wasserdicht ist wie die aufnahmequalität wirklich ist und wie es auch mit den zeitlupe aufnahmen aussieht wie es dann mit der bildqualität ist und ergibt auch noch youtube tipps wie man zum beispiel die die stimme im video verbessern kann dass die sich besser anhört und nicht so rauschig ist oder was weiß ich was nicht wie alles mikrofone testet dafür youtuber oder 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 also das ist schon eine ganz coole sache zum beispiel hier kanal banner kanalbild downloaden oder sowas also ein kanalbild auf youtube hinkriegen das ist auch nicht ganz einfach ich bin habe davon gar keine ahnung ich will kommen zu diesem video wie im titel sicher schon gelesen hat wir das heute darum geht seht ihr also könnt ihr mal vorbeischauen beim alien rookie 299 abonnenten habt er hat er und regelmäßiger content ist auf jeden fall da und das ist das wichtigste wenn man regelmäßiger content hat der auch noch gut anzusehen ist interessant ist dann ist dem ganzen auch nichts zu widersprechen zum beispiel das letzte video kam vor 22 stunden also und davor kam dann vor einer woche und 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 also regelmäßige videos scheinen hier auf jeden fall immer zu kommen alien rookie so wir machen weiter jetzt kommt was doch was ninja oder ninja oder was weiß ich was bin früher immer wahrscheinlich jetzt jeder in der grundschule wenn karneval und so ein kokolores war als ninja gegangen jeder irgendwie ich weiß es nicht ninja oder nina nina naja bass ninja der macht was muss so der ein oder andere findet ja was muss ganz cool 462 abonnenten hat er aber die bass boost selber macht weiß ich gar nicht weil irgendwie wenn man sich hier mal den kanal ein bisschen anguckt und die lieder anhört denkt man habe ich schon woanders gesehen muss ich ja mal sagen also also hier so ist teil von drag nation oder sowas hier die videos aufgemacht mit seiner grafik drauf autos im hintergrund also auf jeden fall wir schauen mal in die kanalbeschreibung oder info kanal was da so drin ist hallo mein bass friends mein name ist marcel ok das ganze hat auch noch in deutsch geschrieben auf deutsch hallo meine bassfreunde mein name ist was er ich bin 13 jahre ich bin deutsch kennt ihr deutsche bass booster in meinem alter hoffentlich seit meine video hoffentlich sind meine videos gut ja das musst du doch selber wissen ob deine videos gut sind wenn wir schreiben hoffentlich findet ihr meine videos gut das würde mehr sinn ergeben viel spaß auf meinem kanal für mehr videos bitte abonnieren ja 462 abonnenten seit 8.2. 2016 also das gar nicht mal so schlecht wenn man überlegt in sechs monaten oder in knapp sieben monaten fast 500 abonnenten herbeizuzaubern er ist eine coole sache anscheinend ist er was bist irgendwie sehr beliebt obwohl ich damit nun überhaupt nichts anfangen kann gibt ganz wenige lieder die ich was boosted sogar gut finde aber besser als original auf keinen fall was muss kommt hier auch dann wieder in den nächsten sound shakes so was linja link ist natürlich auch in die video beschreiben jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert dass ich schon wieder gar nicht mehr weiß was ich jetzt erzählen wollte guckt einfach mal in die links beim passen ja vorbei er wird sich auf jeden fall freuen zumindest sind hier coole autos bei so im hintergrund ja nicht unbedingt so ein lamborghini fan aber so ein subaru im preza der kann auch schon mal einen kanal machen wir noch und das ist der wie heißt der kram kamo kamo wie würdet ihr das aussprechen kamo das ist das mit dem eurotag simulator ja genau ok ich habe ich schon mal gesehen den kanal ja ja er macht auch offenbar gameplays let's place oder ja walkthrough walkthrough ist was anderes schauen wir mal kurz rein hier so von wegen video qualität und sowas ne weil gameplay so ne muss man ja mal sagen gucke ich ganz gerne wenn es um simulatoren geht den gardero gucke ich mir ganz gerne an so truck simulator 2 wollte ich mir mal anschauen wollte ich mir selber mal kaufen aber irgendwie ist dann mir doch das ganze zu einfach weil man fährt einfach nur in der gegend herum und ansonsten gibt es in dem spiel nicht wirklich viel zu tun okay man kann da seine eigene sein eigenes depot garagen oder sie machen und eigene firma aufbauen naja ist sie so ganz mein ding kamo 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 auf jeden fall könnt ihr mal auch hier vorbeischauen fünf abonnenten hatte das letzte video kam aber auch schon vor fünf monaten nee ganz ehrlich leute dann nee also ganz selbst auto haben wir ja auch noch gta soll er den nächsten neues kommen mit pervers geiler grafik bin ich auf jeden fall mal gespannt denn jetzt kommt bei mir ist meine playstation 4 ins haus heißt aber nicht dass die playstation 3 dann auch stirbt so jetzt war schon wieder hier kam den tue ich euch auch mal unten in die video beschreibung rein und das war es dann erstmal für die jetzigen kanal vorstellung 7 kanäle 7 band 7 2 4 6 7 kanäle habe ich vorgestellt und wir haben immer noch das geht ja schon guckt euch das an guckt euch das an wie viele kanäle sind ich kann ja nicht nur ganzen tag hier kanal vorstellungen machen das guckt sich ja kein mensch an und da habt ihr alle nichts von auch die sich das wünschen nicht und wenn ihr keinen content hochladet ja dann habt ihr auch nichts davon also ihr müsst videos machen ansonsten bringt das nichts ich wünsche euch jetzt noch alles gute und ich muss jetzt noch ein paar soundchecks produzieren wo dann zum beispiel hier das liegt drin ist was ihr vorhin auf dem bluetooth-lautsprecher gehört habt das wird da drin sein auf jeden fall aber über einen größeren subwoofer und nicht über einen passiv gesteuerten bluetooth-lautsprecher bis dahin wünsche ich euch alles gute sagt euren freunden bescheid und gibt den ganzen einen daumen nach oben wir sehen uns und habt ein schönes wochenende euer speaker schocker ciao ciao